Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich zusammen mit Dralu Roblox Doors. Roblox Doors ist ein relativ neues Roblox-Horrorspiel. Also falls ihr nicht so Horrorspiele mögt oder euch nicht so gerne gruselt, dann schaut lieber mal beim Dralu vorbei. Mit ihm zusammen habe ich nämlich Rootspa und Schatzsuche gespielt. Das Video sollte jetzt oben auf dem i verlinkt sein. Dieses Video fängt übrigens sehr entspannt an, aber wird mit der Zeit immer gruseliger. Also bleibt dran. Viel Spaß! Ich habe sie schon erwartet. Ähm. 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 Meine Frisur hängt im Schritt. Warte, warte, was? Siehst du das? Warte, ich renne auf dich zu. Warte. Siehst du? Achso, lol. Oh nein. Ah, machst du weg? Ähm, drück mal Escape und dann... Oh, Charakter zurücksetzen ist nicht. Na, dann bleibt das jetzt so. Hast du schon die Augen hier hinter gesehen? Sieht freundlich aus. Gruselig. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier lang, weil... Ach, es gibt verschiedene Räume. Okay, dann lass uns in diesen Raum her gehen. Zweit quasi, Lobby zu zweit. Ich verstehe es jetzt, okay. Also du weißt auch nicht, was uns erwartet? Ich habe keine Ahnung. Dann lass uns mal überraschen. Aber ich wette, es wird was mit Überleben oder so zu tun haben. Ach ja. Hä, wie siehst du denn jetzt schon wieder aus? Hä? Hä? Sind wir jetzt beide so blockig? Ähm, ähm... Sind wir... Bist du auch in der Ego-Perspektive? Ja, ja. Das spielt man wohl in der Ego-Perspektive. Also irgendwie hängen meine... Ich sehe die Hälfte vor Bildschirm gar nicht. Meine Haare hängen hier irgendwie auf der Bildschirm drauf. Oh nein! Das ist schlecht. Vielleicht musst du doch nochmal Charakter wechseln und... Ja, sehen meine Haare normal aus oder... Bei dir sehen sie normal aus, ja. Dein Charakter ist ja blockig. Ja, ich würde vielleicht eben nochmal neu schlafen. Okay, wir verlassen noch einmal. Zwölf Sekunden später. Oh mein Gott, diese Details. Hier ist einfach ein Loch im Boden. Hä? Was denn? Das gibt es nicht. Schon wieder. Warte, du hast Haare im Schritt. Hast du die Haare nicht ausgezogen? Nee. Du musst die Haare ausziehen. Ich will die Haare nicht ausziehen. Du musst die Haare ausziehen. Okay, Moment. Jetzt sei mal ein Teamplayer. Ich setz mich nochmal... Meine schönen Haare. Dann rasiere ich meine Haare jetzt nur für dich. Dankeschön. Oh, endlich keine Haare mehr zwischen dem Schritt. Gott sei Dank. Ach, da bist du ja. Okay. Dann gehen wir mal los in... Ja, wieder denselben wie vorhin. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ha, er will hinterher. Er kommt aber nicht hinterher. Tschüss. Ich finde das jetzt schon schön gemacht mit diesem Übergang, wie wir in das andere Spiel reinkommen. Den Animationen. Auf jeden Fall. Außer, dass du da quasi direkt in die Ergo-Perspektive wechselst, ne? Mhm. Okay. Ey, ich finde aber... Ich bewege mich gerade das erste Mal. Boah. Das ist schon ein geiles Gefühl. Boah, die Musik, die ist vor allen Dingen... Ja. Die Tastenführung ist so ein bisschen komisch, ne? Ja, aber man hat das Gefühl, man bewegt den Charakter wirklich. Anstatt, dass man einfach in die Richtung schwebt. Genau, ja. Okay. Das Hotel. Oh, okay. So, was müssen wir jetzt machen? Das ist eine nette Umgebung hier. Das ist wirklich schön. Oh, hier ist ein Bild. Ich kann das angucken. Painting is titled On Break. Das ist voll schön gemacht alles. Oh, schönes Bild. Ja, ich weiß halt wirklich nicht, was wir tun müssen. Ei, Rezeption. Ich... Würde ich auch sagen, ja. Ich möchte einchecken. Oh, die Klingel klingelt nicht mehr. Das ist ja eine Arbeitsmoral, du. Die Klingel ist blockiert. Kannst du noch klingeln? Warte. Oh. Hallo? Irgendwer hat die Klingel kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Ah, zählt zum Crouchen oder Steuerung oder Schiff. Du musstest ja wieder über Booking.com, ne? Also... Booking.com, yeah. Ey, wir haben Zimmerschlüssel 1. Hm. Oh, je. Halte ich den bei dir auch so in der Hand? Ah, ich habe auch einen Schlüssel. Nice. Okay. Ach, hier ist sogar Zimmer Nummer 1. Was für ein Zufall. Warte, ich schließe mal auf. Okay. Noch ein schönes Gemälde. Das Gemälde heißt Tempel. Ja. Also ein Sinn für... Warum kann man sich in Schränken verstecken? Warum kann man das machen? Ich würde mal behaupten, weil wir gejagt werden. Ich will nicht gejagt werden. Warum ist hier nochmal der Tempel? Das ist ja gar kein Unikat mehr. Ja, das ist sogar alles irgendwie, keine Ahnung. Ob hier Ratenbucht ist schön was. Und dann die Wand geklebt. Oh, die Tür geht von alleine auf. Ey, warte mal, warte mal. Wir können hier die Schubladen öffnen. Oh, ein Schrank. Oh, ein Stift. Ein Stift. Da hinten sind noch Schubladen. Eine Untertasse. Was haben wir hier drin? Ich habe Geld gefunden. Ich glaube, man lootet hier einfach nur das Geld. Wir klauen einfach aus dem Hotel. Wahrscheinlich werden wir deswegen verflucht. Wir sollten vielleicht nicht klauen. Oh, ist da Geld nicht. Schönes Wetter draußen, oder? Ja, kann man genießen. Ja. Kein Geld. Oh, schon alles leer. Ich würde ja lieber fremde Briefe lesen. Ach, was mir jucken fremde Briefe, wenn da kein Geld drin ist? Ah, Geld. Meins. 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 Ey. Ah. Meins. Meins. Haha, ich habe schon 100 Geld. Ich muss schneller looten als du. Das kann doch nicht angehen. Wahrscheinlich wirst du aber als erstes heimgesucht, ne? Weil du mal mehr Geld hast. Was für heimgesucht? Was soll denn? Das ist ein... Warum ist das Hotel so strukturiert, hä? Ja, ich weiß auch nicht. Warum ist hier so ein Raum nach dem anderen und diese machen alle keinen Sinn? Okay, wir gehen in Zimmer Nummer 6. Es war ein berühmter Architekt. Hm. Ähm. Ja. Hier oben ist eine gelbe Leuchte angegangen. Ja, ja. Wenn man die Tür öffnet, geht die Leuchte irgendwie an. Oh, wie heißt dieses Gemälde? Ah, das Gemälde heißt ein Hase im Schneesturm. Siehst du den Hasen? Für mich ist das eher so eine gähnende Leere. Ach, du kennst dich auch nicht mit Kunst aus. Ah. Und das ist Van Black. Ich glaube, mit der bin ich mal zur Schule gegangen. Natürlich. Wir alle sind mit dieser Frau zur Schule gegangen. Ach so. Oh, die Bibliothek. Na, ich suche noch ein bisschen nach Geld hier in den Schränken. Weil Geld... Ich glaube nicht, dass in einer Bibliothek solche Münzen rumliegen. Geld macht mich glücklich, ja? Oh, was ist das denn da? Ich glaube, hier kann ich Licht anmachen. Hat sich was geändert? Wo bist du? Ich habe einen Schalter umgelegt. Was denn? Wo bist du? Wo bist du? Hä? Wo bist du hingegangen? Ich bin immer noch in der Bibliothek. Ich gehe zurück zum Eingang der Bibliothek. Und... Hey! Hä? Wo muss ich lang? Ja, hier lang. Da hinten. Wo läufst du denn, Lin? Hä? Hallo? Ach hier, komm, jetzt komm. Folg mir einfach. So, hier ist der Ausgang. Ich komme zurück. Du verläufst dich schon zwischen drei Regalen, oder was? Okay, was haben wir hier oben? Geld? Zwei Regale, ich renne im Kreis. Ha, wo bist du? Hilfe! Eigentlich interessiert mich die Tür hier eher. Aber ich glaube, mit der können wir nicht interagieren. Ich glaube, wir haben nur wieder eine Möglichkeit. Na, ich weiß nicht wohin. Oh. Ähm. Ah! Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Ah! Wir haben was falsch gemacht, ja? You died to rush. Wir waren zu schnell? Okay. Pay attention. Pay attention to any... Keine Ahnung. That might end at its arrival. Will. Okay. Dann müssen wir das wohl nochmal machen. Hol! Return to Lobby. Ey, wir haben bis zur Tür 11 geschafft. Deswegen heißt das Spiel Doors. Man muss es von einer Tür zur nächsten schaffen, aber... Das ist ja eine Herausforderung. Okay, lass uns wieder hier in Ding 2 reingehen. Ich sehe doch schön aus mit meiner Glatze. Das war's. Aber was ich ja so gut finde, ist, dass die Charaktere eigentlich so gut wie immer lächeln, ne? Die freuen sich darauf. Ja. Die freuen sich. Die freuen sich auf dieses... Oh, Pre-Run-Shop. Ich kann Vitamine, Lockpick, Flashlight. Wofür braucht man das alles? Ich kauf mir nichts. Ne. Das seh ich nicht ein. Was ist, wenn ich hier E drücke? Ja, ich drück mal. Ach so, damit skippen wir einfach. Oh, sag bloß. Sag bloß. Oh Mensch, schon wieder hier? Ach, das Gemälde. Das ist ja schön. On break. Warte, da ist was passiert. Ah ne, das war nur der Fahrstuhl, der zugegangen ist. Alles gut. On break, das ist doch ein anderes Gemälde. Der Fahrstuhl fährt nach oben und hört schon mal die nächsten Spiele. Ach so, sehr gut. Ich nehm Schlüssel 1. Ach hier. Entschuldigung bitte. Ich würde gerne einschicken. Ich will erstmal hier das Geld... Ich würde gerne... Warte, mit Schlüssel in der Hand ist es nicht so leicht Geld mitzunehmen. Die Klingel hängt. Die Klingel hängt. Warte, lass mich mal. Ja, die geht nicht mehr. Toll. Deswegen wurden wir gerade eben getötet, weil du die Klingel kaputt gemacht hast. Ja, bestimmt. Wie heißt das Gemälde? Emotional Man. Okay. Der ist alles andere als emotional, ey. Höchstens emotional tot. Aber wir müssen auf irgendwas Attention gehen. Wir dürfen nicht zu schnell durchrushen. Wir sind ja eben durch Rush gestorben. Aber worauf müssen wir achten? Weiß ich nicht. Habe ich eigentlich einen Schatten? Ja, du hast einen Schatten. Du hast zwei Schatten sogar. Ah, zwei. Ja, einer von links und einer von rechts. Ja, das ist meine gespaltene Persönlichkeit. Kenne. Aber wir müssen ja auf irgendetwas Acht geben. Dieser Raum hat ja irgendeinen Zweck. Ich weiß es nicht. Warum, genau. Warum stehen hier überall Schränke, wo wir uns verstecken müssen? Und warum sind hier keine Schubladen mehr, die wir looten können? Ach, das stimmt. Loot. 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 Haha. Ich werde so reich. Warte. Hörst du es? Hier klopft jemand. Hast du das gehört? Sicher, dass das nicht unsere Fußstapfen auf dem Boden waren? Ja. Ja, ja. Ich habe es klopfen gehört. Ganz sicher. Okay. Such du mal. Ich verstecke mich im Schrank. Ich verstecke mich im anderen Schrank. Nein. Ich bin hier nicht drin. Ah. Okay. Wir schaffen das. Ich habe es auf jeden Fall gerade klopfen gehört. Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich habe auch was klopfen gehört. Aber ich dachte, das wären unsere Fußstapfen. Nicht, dass wir jetzt wieder... Das ist ein anderer Raum, oder? Ja, und das Gemälde, war das hier vorhin auch schon? Das ist neu. Das haben wir noch nicht gesehen. Mona Thump. Jemand hat gerade pssst gemacht. Ich habe es ganz genau gehört. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich dagegen machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich mache. Warum sind in dem Regal eigentlich so viele Bücher und in dem anderen Regal nicht? Das ist ein Hinweis. Wir müssen sie alphabetisch sortieren. Auf jeden Fall. Oder nach Farbe. Oder nach Farbe. Ja, oder das. Okay, vorsichtig. Warte, geh du mal vor. Ja, klar. Mir passiert ja schon nichts. Hast du das gehört? Ich habe was gefunden. Ich habe ein Feuerzeug. Warum haben wir ein Feuerzeug? Das macht mir überhaupt keinen Sinn. Natürlich. Lackert in der Schublade. Kannst du damit irgendwas anzünden oder so? Vielleicht hier die Pflanzen? Ja, ich versuch's. Hast du das gehört? Ja, das habe ich gehört. Das war aber im Nebenraum. Vielleicht so... Ich habe die nicht aufgemacht. Ich auch nicht, aber die öffnet sich ja selbst, wenn man zu nah rangeht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir ein bisschen warten, bevor wir hingehen, solange Geräusche im Nebenzimmer sind. Selbstöffen... Noch nie gesehen? Warst du noch nie im Supermarkt? Selbstöffnende Türen. Mein Feuerzeug ist aus. Ich hätte das wohl nicht die ganze Zeit anlassen sollen. Jetzt ist es weg. Geh du mal vor. Nein, aber dein Hinweis war, glaube ich, schon richtig. Ich glaube, wir müssen warten, bis vielleicht die Geräusche im Nebenzimmer weg waren. Weil eben gerade habe ich das Klopfen gehört. Danach hat ja jemand so Pssst gemacht. Und eben haben wir wieder was gehört. Was du alles hörst. Ich mache mal meinen Sound ein bisschen lauter. Ja, würde ich auch sagen, ne? Okay. Soll ich? Ja. Okay. Conny, halt dich fest. Ich gehe in den nächsten Raum. Ich halte mich fest. Falls ich nicht zurückkomme. Ah, es ist die Bibliothek. Okay, alles okay. Wir können reingehen. Warte, in der Bibliothek war was. Das muss ich jetzt... Sie ist anders. Sie ist anders. Sie ist anders. Okay. Bleib mal hier, bleib mal hier. Es gab in der Bibliothek einen Schalter. Und ich habe den umgelegt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den umlegen. Solange es nur ein Schalter ist. Warum folgst du mir nicht? Du hast gesagt, ich soll hier warten. Achso. Nee, komm mit. Das Zusammenbleiben. Da vorne ist der Schalter. Okay. Achso, der Schalter macht das Ding auf. Ah. Ah. Sind wir vorhin woanders weitergegangen, oder wie? Nee, nee. Nee, wir sind da schon durchgegangen. Ich habe nur den Schalter. Die Bibliothek ist jetzt irgendwie gespiegelt einfach nur. Macht total Sinn. Warte, hab ich... Sei vorsichtig. Da ist ein Bleistift. Wie heißt das Bild denn? Kann ich den bemalen? Cam of Man. Die Herren des Hauses verstehen etwas von Kultur. Ja, aber hier ist schon wieder der Tempel. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich den Tempel sehe. Ich habe was gehört. Ich gehe in den Schrank. Äh. Tschüss. Ja, ich auch. Aber vielleicht ist das ja nur eine Uhr, die Geräusche macht. Oh Gott, ich höre was. Ich auch? Get out, get out, get out, raus. Echt, rausgehen? Ja. Raus dem... Auf meinem Bildschirm ist gerade get out, get out, get out entstanden. Und jetzt ist es weg. Also darf man sich nicht zu lange im Schrank verstecken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand get out. Als... Was will das... Was will das Spiel überhaupt so? Ich weiß es nicht. Wir müssen der Tempel. Wir sollen nicht schnell sein. Aber man muss lesen. Man muss lesen, was auf dem Bildschirm steht, wenn die ersten Symbole kommen. Ja, das auch noch. Warum muss man denn lesen? Was ist das für ein Geist, Alter? Das ist eins dieser Bildungsspiele. Oh Gott, nein. Hier, du, ich will nicht mehr. Okay, warte. Nicht so schnell. Woah. Tschüss. Alter, ich... Ich mach die Tür auf und der... Der... Der Blitz blitzt mir entgegen. Ich glaube... Oh nein, ich glaube, da ist ein Memory-Spiel an der Wand. Ich glaube, wir müssen jetzt Memory spielen. Warte, ich... Ich hör Geräusche. Immer noch? Ja. Ich auch. Ich hör Geräusche aus dem Nebenzimmer. Warum höre ich die mal von dort? Weißt du, was das Problem ist? Hier gibt es gar kein Nebenzimmer. Weil da... Also ich meine das Zimmer. Wow. Zimmer 9. Was denn? Was stand auf deinem Bildschirm? Da stand... Eine Mathe-Aufgabe. Nein! Nein! Warum? Alter, es wird dunkel. Oh mein Gott. Hier, das meine ich... Ach, das ist ein Gemälde. Ach, ich dachte, das wäre ein Memory-Spiel. Es hat... Psst, gemacht. Echt? Hä? Was denn? Ich gucke auf das Bild. Ich wurde erschrocken. Das raus! Alter! Ich bin halbtot. I see you, Big-Abu. Was ist denn das für einer? Big-Abu heißt rausgucken. Big-Abu heißt Kuckuckuck. Alter. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Ich will nicht mehr. Lass nach Hause gehen oder so. Ich weiß. Welches Monster nennt sich denn Peekaboo? Was ist denn das für ein Kuscheltier-Name? Das heißt, Kuckuckuckuck. Lass nicht zurückgehen. Das ist bestimmt auch falsch. Big-Aufgabe hat Psst gemacht. Ich habe über meine Schulter geguckt und der hat mich halb getötet. Unten links habe ich eine Hälsleiste. Echt jetzt? Ja. Ich nicht. Da sollte ich vielleicht jetzt vorgehen, ha? Ja. Oder kann es sein, dass wir durch diese dunklen Räume einfach extrem schnell durchgehen müssen? Oh Gott. Ah! Lauf! Ah! Was denn? Was? Ah! Ich habe nur noch halb Leben. Okay, ich laufe jetzt durch. Ich laufe jetzt durch. Ja. Lass uns durch. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Okay, das ist doch ein entspannter Raum, oder? Das hat gerade auch wieder so Psst gemacht und dann habe ich hinter meinen Nacken geguckt. Ich muss die Bilder richtig aufhängen. Okay, warte. Hast du ein rundes? Ja, warte, warte. Ja, pack das an die leere Stelle. Hier rechts. Damit sich die Tür schließt vielleicht? Einfach nur, damit alles richtig platziert ist. Jetzt haben wir hier noch so eins. Wo muss denn das hin? Das hat nirgendwo einen Platz. Das Bild hier hat keinen Platz. Ah, doch. Oh, das ist doch die falsche Stelle, lol. Sorry. Oh. Jetzt hat jemand geklopft. Hör auf zu klopfen. Häng das Bild richtig hin. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Oh. Wir müssen weiter. Wir müssen schnell weitergehen. Nicht schnell. Oh Gott. Okay. Der Raum ist in Ordnung, oder? Hier ist nix. Erstmal nicht, ne? Hast du irgendwie einen Heiltrank oder so? Nein. Kannst du dir irgendwas craften? This is not a violin. Was ist es dann? Ist das ein Cello? Oder, nein, Cello hat nicht so große Auskärbungen. Ist es... Ist es eine Geige? Das heißt ja bei Violine. Oh Gott. Vielleicht ist es... Vielleicht ist es eine Misslung, ne Gitarre. Ich gucke zum nächsten Raum. Raum zwölf. Ich hör was, ich hör was nebenan. Da hat was gerumpelt. Ein Bücherregal ist umgekippt. Ist es? Und ich seh schon wieder dieses Memory-Bild. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Geh du da rein. Ich will nicht mehr. Die Tür, die Tür können wir nicht schließen, ne? Nein, ich will sie schließen, aber wir können sie nicht schließen. Oder können wir uns von dem Gold, was wir haben, irgendwie was kaufen? Ich glaube, wenn es so psst macht, dürfen wir uns nicht umdrehen, weißt du? Ja, glaube ich. Auch. Ich sehe ein Bild. Ich gucke das Bild an. Das Bild heißt The Last Pizza Party. Oh mein Gott. Ich will dabei sein. Das ist ein schönes Bild. Irgendwie, wenn ich auf das Bild gucke, dann erinnert mich das irgendwie an so ein anderes religiöses, historisches Bild. Meinst du das mit Pizza Parker? Ne, ich meine eigentlich so das mit Jesus und seinen Jüngern. Da war ein Geräusch im Schrank oder so. Die Tür ist kaputt, siehst du das? Okay, aber das ist ja auch nicht die Tür, zu der wir müssen. Also da gehen wir nicht hin. Ja, die Tür, guck mal hier. Da hinten steht Raum 13 dran. Oh Gott. Ich glaube, das war die letzte Pizza. Warte, hier könnte was drin sein. Ich höre was, ich höre was. Warum? Echt? Mach du alles weiter. Ja, ich habe gerade jemanden laufen hören, als ob der sich an uns ranpürst oder so. Ja, flackert's. Ja, bei dem flackert's wohl, du. Von hinten, ne. Warte, Alter, warte, Alter. Ich habe mich im Schrank versteckt. Lebst du noch? Ich bin tot. Ich lebe noch. Ich habe das von hinten anrauschen sehen, durch die Räume durch. Okay, ich laufe einfach, ich laufe einfach. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Please. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Mein Herz. Mein Herz ist gerade aus meinem Körper gesprungen. Ich kann dir zugucken noch. Achso, okay, dann brauche ich kein Stream machen. Okay, der Rush bedeutet, der kommt einfach und tötet uns. Nicht, dass wir gerusht sind. Und ich bin rechtzeitig in den Schrank gegangen, um ihn zu überleben. Ja, ich glaube auch. Man muss so regelmäßig nach hinten gucken und schauen, ob da irgendwas anderes kommt. Ich habe nämlich gerade eben, habe ich durch die Türen nach hinten geguckt, von da, wo wir gekommen sind, und habe dann dieses Viech anfliegen sehen. Ja, ich habe es gehört. Deswegen bin ich in den Schrank sofort rein. Kennst du Pokémon? Ja. Das sah aus wie so ein Nepomuk. Heißt, glaube ich, das Pokémon, oder? So gut kenne ich Pokémon nicht. Nebulak? Nebulak, genau. Das sah aus wie ein Nebulak, nur hässlich. Ich will keinen Nebulak. Okay, wir stellen uns vor, das ist ein Nebulak, dann ist es nicht mehr gruselig. Es ist ein Nebulak in hässlich. Er will uns nur abschlecken, alles gut. Warum habe ich Angst? Das ist Roblox. Weiter geht's. Ich bin ein Boss. Ich höre Geräusche. Das ist Regen. Ich höre nichts. Ich glaube, nur du gehörst diese Geräusche. Ja. Und du allein. Gucken wir uns das Gemälde an. Es heißt Homestead. Trau das Heim. Glück allein. Allein. Ich höre es ranrauschen. Aber ich kann auch nicht im Schrank bleiben. Oh ne. Warum kann man hier rein? Hörst du das? Ich habe den Schlüssel. Ich höre zu viel. Hörst du das? Nein. Ich höre irgendjemanden atmen. Lol. Bitte hören jemanden atmen. Der atmet die ganze Zeit. Ah. Ich rush jetzt. Let's go. Vielleicht ist jetzt ja das Ziel da irgendwo. Safe nicht. Guck mal, wie lang der Raum ist. Da klopft's. Ich habe es gehört. Nebulak will rein. Ich will dich töten. Bitte nicht. Öffne mir die Tür. Wie viele Räume gibt es? Bitte sag, das ist der letzte. Es gibt nur 19. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für ein Hotel? Wann fangen eigentlich die Zimmer an? Wie weit muss man laufen, um zu seinem Zimmer zu kommen? Stell dir das mal vor. Ich will doch nur auf mein Zimmer. Vor allen Dingen, diese ganzen Münzen. Wofür musst du die sammeln? Für den Shop. Dann kann ich mir... Oh ja. Ich habe mich ein bisschen gehealt. Aber ein bisschen reicht nicht. Ich höre doch, was kommt. Ich glaube, der Sinn des Spiels ist es, sein Zimmer zu finden. Warum ist es in dem Raum dunkler geworden? Ich will durch. Was ist das? Echt? Bei mir ist es nicht dunkler geworden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, sobald du irgendwie Psst oder sowas führst, musst du dich entweder... Nein! Du musst weg! 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 Oh mein Gott! Oh Gott, ich habe es geschafft! Das war wieder Nebulak. Das war Nebulak. Der ist angerannt gekommen. Wie habe ich das überlebt? Das muss es doch gewesen sein. Wie viele Zimmer gibt es denn hier? Hör auf zu klopfen. Es klopft. Klopfen macht nichts. Ich glaube, du hast ein Zimmer gefunden. Das ist aber nicht meins. Schließ das Zimmer ab und bleib einfach hier. Leg dich schlafen. Ich kann es nicht abschließen. Man kann Türen nicht schließen. Oh, dann muss ich durchrushen. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Schnell durch. Nein, es flackert. Die Geräusche werden immer mehr, ey. Ich will nicht mehr. Nein, ich bin tot. Oder? Was, echt? Bei mir läuft es immer noch. Ich lebe noch. Ich lebe. Da ist nichts. Bitte, da ist nichts. Wie, da ist nichts? Siehst du das nicht? Nein. Nein. Ah, der Rack kam von vorne. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin fast tot, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein, 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 nein. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Ich habe keinen Schrank gefunden. Du hättest mal schneller laufen sollen, ne? Oh, du stirbst, what you call Halt. You must run away from it. Ich muss davon weglaufen. However, it may appear in front of you at any time. Ich hätte mich umdrehen müssen, wenn er kommt. Nein. Aber das ist so nice, dass das Spiel mir sagt, was ich falsch mache. Aber Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich halte mehr nicht aus, dann schreibt es in die Kommentare, liked das Video und schaut auch gerne, gerne beim Dralu vorbei. Das war es mit dem Video. Das war zu viel für mich. Bis dann und Tschau. Achso, du warst auch dabei. Hahahaha